Guten Morgen und Willkommen in dieser Mercedes 600 erbte nach Kuhle. Erst haben wir den Schicke Hitschuhn starten und wenn sie an der Seite diese Nügel gefunden, dann können sie die Hände umdrehen. Und wenn sie die Nügel umdrehen haben, dann können sie die Hände in den Marken finden, wenn sie schon umdrehen. Und wir wünschen ihr einen guten Fertig nach Kuhle und wir haben estimiert, dass sie 3,5 Jahre haben. Und die Schauförer heißt ... ... und der wünschen auch einen guten Fertig nach Kuhle. Wenn sie Ruhrbohr haben, dann können sie auch den Nilskallen und ein wilder Ruhrbohr mit Leoposteismuren. Wir wünschen ihr einen guten Fertig!